Moin Leute, wir spielen wieder The Doors. Es wird wild und ja, ich muss jetzt mal gerade schauen. Wir haben auf jeden Fall in der letzten Folge es bis zur 50. Tür geschafft und dieses Mal würde ich super gerne bis zur 100. Tür schaffen. Und ich hole mir aber als kleines Gadget hier sogar, glaube ich, die Taschenlampe. Ich glaube, das ist hier für den Anfang gar nicht mal so dumm. So, wir wissen ja schon den größten Teil, wie es hier geht und ich habe mir ein paar Tipps geben lassen in den letzten Folgen, nämlich, wie das Ganze hier funktioniert, nämlich müssen wir bei dieser Figur oder Figur heißt es, glaube ich, dieses Wesen, was blind ist, wo ich jetzt das letzte Mal dran gescheitert bin, ja, müssen wir irgendwie austricksen, indem wir halt die ganze Zeit uns in die Ecken sneaken. So war das, glaube ich, was ihr mir in die Kommentare geschrieben habt. Und das Ganze werden wir natürlich auch ausprobieren, ob wir es hinbekommen. Und genau, wir sind auf jeden Fall bewaffnet mit einer Taschenlampe, was super gut ist, weil manchmal kommen ja auch einfach diese dunklen Räume, kaum gruselig hier drin, okay. Genau, wie gesagt, wir haben jetzt hier einiges schon mal ein kleines bisschen hinbekommen. Wo ist dieser verdammte Hebel? Ich hasse es. Diese Türen hier sind immer die schlimmsten, wenn man diesen Hebel suchen muss. So, und wenn Screech kommt, Screech ist jetzt übrigens, Leute, ich habe gelernt, Screech ist übrigens dieses Ding, was mich dann hier die ganze Zeit so verfolgt und die ganze Zeit so macht, dieses komische Ding da mit den tausend Armen da, keine Ahnung. Ihr wisst schon, was ich meine. So, das ist Screech, dann weiß ich, dass es jetzt auch noch, wen gibt es noch, dieses Timmy Thompson oder sowas heißt, diese Spinne, soweit ich weiß. Und den Rest habe ich schon wieder vergessen, Leute, müsste ich jetzt gleich nochmal nachschauen. Und dann gibt es noch, dann gibt es noch einen, es gibt nämlich noch so ein Gesicht, das habe ich gesehen. Und dann gibt es noch Sea, ich glaube Seals oder sowas sind diese, oh oh. Oh, das war Rush, Leute, das war Rush. Okay, das war gerade Rush, den wir hier gerade netterweise an uns vorbeiflitzen gesehen haben. Und genau, wir machen hier einfach mal unsere Arbeit, wie es sich gehört, lassen uns einfach gar nicht beeindrucken davon, weil wir nämlich Pro-Gamer sind hier von dem Ganzen. So, okay, ich will es heute schaffen, unbedingt. Das wäre super cool, wenn wir irgendwie bis zur hundertsten Tür kommen könnten. Ich habe gesehen, ich habe gesehen, dass, äh, ich habe gesehen, dass es am Ende noch ein Rätsel geben wird. Ich habe es mich nicht, ich habe mich nicht spoilern lassen, Leute. Ich weiß nicht, wie dieses Rätsel funktioniert. Ich habe mir, oh Mann, ich hasse dich. Ich habe mir nur sagen lassen, dass das, ähm, auf jeden Fall, dass es das auf jeden Fall... Oh, na super. Na klar, na klar. Und ich, Idiot, habe auch noch hingeschaut. Warum bin ich so dumm? Warum bin ich so dumm? Ich will dieses Ding hier spielen, ohne zu sterben. Und ich bin so dumm und gucke voll rein. Okay, Tür 15 ist auf jeden Fall schon mal geschafft. Dann gehen wir hier schon mal rein. Ich weiß nicht, ob Rush jetzt hier vorbeikommt. Ja, da ist er doch. Okay. Rush ist am Start. Und Leute, wir müssen hier raus. Okay. Oh, ein Pflaster, sehr gut. Okay. Lichter gehen aus, wenn Rush hier einmal durchrusht. Natürlich ist es hier stockduster. Ich will eigentlich noch gar nicht so viel Zeit verschwenden hier mit dem Ganzen. Ich laufe einfach durch. Einfach durchlaufen, wenig Zeit verschwenden. Ich hasse Screech, sage ich euch so, wie es ist. Also Screech ist hier mit einer meiner absoluten Hasscharaktere in dem Game. Oh, war da unten nochmal. Oh, nice. Also da sind auf jeden Fall nochmal hier einen, wie heißt es nochmal, so ein Brechdingenskirchen. So einen, ähm, Dietrich, genau. Wir laufen weiter, wir laufen weiter. Es ist nicht, es ist nicht schwer. Wir kriegen es hin. Es ist gar kein Problem. Wir gehen hier in den Raum rein. Wir haben hier nichts. Ich glaube, hier müsste ein Schlüssel sein oder sowas eventuell. Nö, da ist er doch. Okay, hier ist ein Schlüssel. Wir lassen uns nicht ablenken davon. Mach hier die Tür auf. Wir gehen durch. Es ist dunkel. Aber wenn es dunkel ist, ist es nicht schlimm. Denn wir finden auch so schon den Weg raus. Da lang. Tada, easy going. Uh. Was rappelt da schon wieder? Ist ja irgendwer hier am Umräumen gerade. Was ist, macht die unterste Schublade auf? So, nichts drinne. Ein Feuerzeug wäre vielleicht auch nochmal gar nicht so schlecht. Irgendwie, eventuell. Oh, ich glaube, da kommt Rush. Ja. Er kommt. Okay. Wir sind drinne, wir sind drinne. Es ist alles gut, es ist alles gut. Wir gehen raus. Wir machen weiter. Jetzt ist es hier ein kleines bisschen dunkler. Ich hoffe mal, dass in den nächsten... Ah, da klopft wieder jemand. Das ist natürlich super nett, dass sie da klopfen. Habe ich gerade gar nicht so ein großes Problem mit. Hier fangen schon die Augen an. Okay, krass. C heißen die, glaube ich. Ich will nichts Falsches sagen, Leute. Oh, oh. Kommt Rush? Nee. Okay, es hat gerade geflackert. Ich habe ein bisschen Schizzle in the Bizzle bekommen. Aber es kommt... Rush kommt nicht. Okay. Also, es ist ein bisschen anders als letztes Mal, als ich eine Erinnerung habe. Beziehungsweise in der ersten Runde, wo wir gespielt haben. Wir gucken uns um. Wir könnten vielleicht noch ein Pflästerchen gebrauchen. Oh! Lol! Gesagt und bekommen. Vielleicht könnten wir... Oh Mann, Alter. Hör doch auf damit. Hör doch einfach auf damit. Ich kenne das zwar schon, aber wir laufen trotzdem mal los. Let's go! Wir lassen uns hier von dem komischen Popel da nicht erwischen, Leute. Ist nicht unser Problemchen, wenn dieser Popel uns da hinterherläuft. So, hier durch. Ja, ja, hallo. Wollt ihr mir High Five geben? Ich habe keine Angst mehr. Es ist jetzt gar nicht mehr so schlimm wie früher. Lasst mich einfach in Ruhe, ihr Popelhände. So, wir sind hier durch. Tützu! Tschaußen, ihr kleinen Banausen. Och Mann! Ich hasse diese Spinne! Oh, meine Güte, wirklich. Es ist so schlimm. Es ist so schlimm. Sie kommt immer wieder. Immer und immer wieder. Okay. Wir sind jetzt gleich sogar bei Tür 50 angekommen, Leute. Taschenlampe. Nein! Screech! Lass mich in Ruhe! Screech! Screech! Schau ab! Wo ist diese Tür? Hä? Aha. Hier durch. Naja, okay. Gehen wir hier durch. Ist okay. Ist zwar übertrieben dunkel hier. Da. Okay. Zum Glück habe ich am Anfang... Oh. Okay. Er kommt. Rush. Rusht hier einfach mal durch. Okay, hier lang. Oh Mann, ich liebe es, durch die Lüftungsschächte zu klettern. Ist ja klasse. Einsame Spitzenklasse. Okay. Tür 45. Wir sind gleich bei Tür 50 angekommen. Tür kaputt. Es ist bisher eigentlich ganz okay. Es wird erst gleich interessant, wenn wir bei Tür 50 angekommen sind. Ein Pflästerchen wäre auch ganz nett. Nein. Dieses Mal nicht. Vielleicht ein Pflaster? Nein. Kein Pflaster. Da sind wir. Tür Nummer 50. Ladies and Gentlemen. Letztes Mal sind wir gescheitert. Aber dieses Mal... Sage ich... Nein. Ihr werdet das sehen, weil ich kann jetzt sneaken. Und der... Typ ist blind. Wenn ich jetzt mal auch ein Buch finden würde. Let's go. Okay. 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 Hier war nichts mehr. Hier ist auch nichts. Wir holen uns kurz hier vorne den Zettel. Okay, so weit, so gut. Das ist auch echt tricky hier. Na, du blinder Fisch. Okay. Hier ist irgendwo noch ein Geglitzer. Wo? Da. Ich bin gerade dran vorbeigelaufen einfach. Okay. Ich weiß nicht, wie viele noch fehlen. Ich glaube, noch eins oder zwei fehlen. Oh, okay. Er ist auf jeden Fall sehr, sehr nah. Okay, ich bleib mal kurz hier in der Ecke versteckt, bis er wieder runter geht. Er ist weg. Noch irgendwas, was so diese Sounds hat. Da, das da. Okay. Er geht wieder weg. Keine Ahnung, ob das das letzte war. Ich denke schon. Okay, jetzt lass mal ganz kurz gucken. Okay, Kreis 1 ist 3. 3, 3, 2, 9, 1, 6. 3, 2, 9, 1, 6. Was bedeutet das da oben mit diesen... 4. 3, 2, 9... 3, 2, 9, 1, 6. Er kommt gerade wieder hoch. Hat's geklappt? Ja. Wuhu! Wuhu! Jawohl! Guck mal, ich hab Gänsehaut, Alter. So wird das gemacht, Leute. So wird das gemacht. Oh mein Gott. Es geht weiter. Hau ab, Screech. Hau ab, Screech! Hau ab, Screech! Lass mich... Oh, du Sack! Du Sack! Der musste jetzt auch noch kommen. Pflaster. Okay. Das ist etwas, das bekomme ich hin. Meine Batterie ist leer. Also wir brauchen ein Pflaster, definitiv. Keine Pflaster. Doch, da war eins. Gut. Vielleicht noch irgendwo eins. Ne. Keine Pflaster. Ne. Screech! Lass mich in Ruhe! Geh weg! Wo ist dieser blöde Schlüssel jetzt hin? Ich hör nichts. Da war ich noch nicht. Aber wahrscheinlich ist er da drinnen. Ne. Hier war ich schon. Hä? 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 Habe ich was verpasst? Hä? Ich hör den Schlüssel nicht. Wo soll der denn sein? Wo soll der denn der Schlüssel sein? Muss ich das knacken? Gut. Wird einfach geknackt. Oh. Da kommt jemand. Da kommt aber jemand. Da ist jemand aber wütend. Da ist jemand aber wütend gerade, weil wir es nämlich weiter geschafft haben. Hä? Was willst du machen, Rush? Was ist dein Problem, Rush? Hä? Bist du jetzt traurig, weil ich es nämlich geschafft habe bis zur, äh, 59. Tür. Alter. Wir sind bei der 59. Tür. Es ist okay. Wir laufen durch. Einmal nicht beeindrucken lassen. Einmal machen. Die knacken wir auch. So, let's go. Knack die Kiste. Let's go. Nein! Geh weg, Screech! Ich hasse dieses Drecksding. Was? Da geht es ja gar nicht weiter. Kann es sein, dass Screech am Ende immer ein bisschen öfter kommt? Jo, ganz schön dunkel hier. Jo. Lauf ich gerade wieder zurück? Ich glaube, ich lauf gerade wieder zurück. Ich lauf einfach wieder zurück. Hier müssen wir lang. Äh, es ist dunkel. Alter. Oh Mann, ich hätte mir die Batterien aufsparen. Ich hätte sie mir aufsparen sollen. Alter, es ist dunkel. Gott, im Himmel ist es dunkel. Oh Mann, es ist dunkel. Sau, einfach im Dunkeln, Mann. Da, wo ich am wehrlosen bin. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Screech! Screech! Ich hasse dich, Screech. Ich hasse dich. Der wird mir noch einen Strich durch die Rechnung machen. Wo geht es hier raus, verdammt? Ich stecke fest, Leute. Das war's. Ich komme hier nicht raus. Ich komme hier nicht raus. Och Mann. Wo ist diese Tür? Da. Ja, ha, ha, ha. Wow, wie gruselig. Da fallen Sachen rum. Oh mein Gott, Ambush war gerade da. Junge, den habe ich bisher noch gar nicht gesehen. Screech! Oh mein Gott, Ambush hatten wir bisher noch gar nicht gesehen. Oh Mann, Screech! Hau ab! Jetzt ist... Was ist jetzt los? Junge, wollte mich veräppeln. Was passiert hier? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, was mache ich hier gerade? Was mache ich hier? Junge, was passiert hier? Junge, was passiert hier? Mach diese Tür auf! Jesus, was ist gerade passiert? Ey, den hatte ich noch nicht. Den hatte ich noch nicht. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Oh mein Gott, ich habe das richtig, richtig gut gemeistert gerade. Ich habe es gerusht. Ich habe das Ding gemacht. Ich habe es einfach gemacht. Ich bin ein Macher, Leute. Ja, es ist dunkel, wir wissen es. Mann. Nein, Screech, jetzt nicht. Wie oft soll es hier denn noch dunkel sein? Noch ein bisschen mehr Dunkelheit vielleicht, wäre noch super. Danke. Ey, jetzt kommt Zeek. Ich glaube, ja, es kommt Zeek. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Ja. Er ist direkt hinter mir. Er ist direkt hinter mir. Ja. Ich brauche mehr Feuerzeuge. Oh oh. Ich brauche mehr Feuerzeuge. Happen. Ja, ein Feuerzeug. Dein Feuerzeug ist im besseren Zustand. Okay. Dann vertraue ich mal da drauf. Wir sind gut ausgerüstet. Oh nein. Und wieder rein. Raus. Und wieder rein. Und wieder raus. Ich hab's, Leute. Ah ah, Screech. Nicht jetzt. Kein Bock auf dich. Tür 96. Tür 96. Wo ist der Weg? Da. Ist mir egal. Ich knack das Ding. Tür 98. Tür 98. Da ist die Tür 100. Da ist sie. Tür 100. Oh, bitte. Bitte nicht. Oh nein. Wir haben kein Rebirth. Das ist sie. Wo ist dieставля? Da sind sie. Oh nein. Ja. Jawohl. Oh nein. Oh das. Oh nein. Oh nein. Ich und le imply. Das ist alles von mir. Wir sind bis zur Tür 100 gekommen. Danke, Leute. Danke, danke, danke. Wir sind bis zur Tür 100 gekommen. Es gibt anscheinend mehr als 100 Türen. Wow. Aber hier, Tür 100 erreicht. Ich will wissen, was an diesem Ende passiert. Das Problem ist, ich wusste nicht, was ich tun soll. Aber anscheinend hätte ich wieder zurücklaufen müssen in diesen Raum und hätte mich dort verstecken müssen. Das letzte Level. Aber für mich ist das jetzt erstmal so geschafft. Oder was meint ihr? Ich habe es geschafft. Ich habe Tür 100 erreicht. Alles, was jetzt danach kommt, werden wir herausfinden, Leute. Lasst ein Like da. Lasst definitiv ein Like da.